Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Mod Video. Und in dem heutigen Video möchte ich euch nochmal diese Mod präsentieren, die ich euch schon mal gezeigt hatte. Nämlich diese Rejection Mod. Da hatte ich euch das ja gezeigt, dass sich hier diese ganzen Bodenterrains und so geändert hatten. Und diese Mod wurde ordentlich weiterentwickelt, wie ihr schon unschwer erkennen könnt hier. Es sind zum Beispiel umgefallene Baumstämme hinzugekommen, was ich mega cool finde. Da ist auch nochmal einer. Sehen schon sehr cool aus. Dann sind natürlich nochmal andere Felsformen hinzugekommen. Finde ich auch mega cool. Und auch sogar nochmal eine andere Textur für den Fels. Das ist jetzt so eine bemostete Textur. Man kann dann sozusagen jetzt immer auswählen. Also beim letzten Mal war die Textur ja auch schon anders. Aber jetzt kann man sogar zusätzlich noch diese bemostete Textur auswählen. Finde ich richtig cool. Und einige Felsen haben sich sogar echt von der Struktur geändert, wie ihr seht, von der Form. Das ist schon cool, ne? Aber es sind noch viele, viele andere Dinge in diese Mod hinzugekommen. Und ich glaube, diese Mod wird auch noch ordentlich weiterentwickelt. Also da werden wir wahrscheinlich noch das ein oder andere Update irgendwann bekommen. Darauf freue ich mich auch schon. Das ist auch mit Abstand meine Lieblingsmod, die es momentan für Jurassic World Evolution gibt. Und was sich alles so geändert hat, das werde ich euch in diesem Video so ein bisschen präsentieren. So, vorweg gesagt, muss ich nochmal eben sagen, dass es immer ein bisschen doof ist, weil immer nur Sachen ersetzt werden und nicht neu hinzukommen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel so einen umgefallenen Baumstamm haben, wurde der zum Beispiel für Baum 2 hier ersetzt. Das heißt, wir können diesen Baum nicht mehr platzieren und stattdessen haben wir halt sozusagen diesen umgefallenen Baumstamm. Da muss man dann halt immer so ein bisschen entscheiden, auf was man eher verzichten kann, weil das halt immer nur so, ja, Retextures sind. Also die ersetzen sozusagen nur andere Texturen und kommen leider nicht hinzu. Aber ich finde diese umgefallenen Bäume wirklich cool. Aber es ist sehr, sehr schade, dass Baum 2 dadurch wegfällt, weil der auch sehr nice ist. Ist immer sehr, sehr kritisch. Also hier haben wir einmal diesen umgefallenen Baumstamm und welcher war der andere? Hier, Fels 3 ist der andere. Und Fels 3 ist auch ein cooler Fels, wie ich finde. Finde ich immer sehr, sehr traurig, wenn man den dann nicht mehr machen kann. Aber dafür umgefallene Baumstämme zu haben, ist natürlich schon wirklich, wirklich cool, ne? Also, das gefällt mir schon sehr gut. Und gerade in Kombination mit Wasser finde ich diese umgefallenen Baumstämme richtig, richtig nice. Also die sehen schon toll aus. Die machen schon echt was fair. Ich hoffe, sowas kriegen wir auch irgendwann nochmal im richtigen Jurassic World Evolution Spiel. Vielleicht wird ja auch irgendwann mal die Mod-Unterstützung freigegeben, weil es ist halt echt schade. Fels 3 ist richtig cool, der ist dann halt leider weg. Und natürlich dieser Baum 2 ist weg für diese umgefallenen Baumstämme. Aber man kann das bei der Mod wirklich alles so selber so ein bisschen variieren. Das ist sehr, sehr angenehm. Das werde ich euch nachher auch noch zeigen. Dann habe ich euch ja gezeigt, wir haben neue Fels-Texturen gekriegt und sogar neue Fels-Strukturen für zwei Felsen. Einmal haben wir hier für Fels 1. Da seht ihr ja auch einmal hier die Struktur, die vorher war. Die kennt ihr sicherlich noch. Das war dieser etwas höhere einzelne Fels. Den fand ich sehr, sehr langweilig. Da gibt es jetzt einen sehr interessanten Felsen für. Also den finde ich auf jeden Fall viel, viel spannender von der Form her. Und ja, ich finde auch dieses Bemose sehr, sehr cool. Man kann bei der Mod auch noch andere Texturen auswählen. Also ohne dieses Moos und ein bisschen heller. Da kann man natürlich auch die Standard-Texturen drinne lassen und sowas. Also da hat man schon echt viele Möglichkeiten bei der Mod. Das werde ich euch gleich auch noch auf der Mod-Download-Seite so ein bisschen erklären und zeigen. Dieser Fels hat sich von der Form hier nicht geändert. Der ist noch gleich geblieben, hat aber auch diese Bemose-Optik bekommen. Die finde ich auch echt cool, diese Moos-Optik. Bei bestimmten Parkbauprojekten wäre das bestimmt nice. Vielleicht beim zweiten Jurassic Park, The Lost World, wer weiß. Gut, Fels 3 ist der Baumstamm geworden. Dann haben wir hier Fels 4. Der hat sich von der Form auch nicht geändert, aber auch diese Moos-Optik bekommen. Dann haben wir als nächstes Fels 5. Der hat sich geändert. Sehr, sehr interessant geworden, wie ihr seht. Das ist echt ein riesiger Fels geworden. Das war ja dieser, den ich auch recht häufig benutzt habe. Dieser längliche. Der ist auch immer noch so länglich geblieben, aber ist halt sehr viel größer und zackiger und spitzer geworden. Wir können den auch nochmal drehen, damit wir das nochmal von der anderen Seite sehen. Und dann seht ihr schon, da gehen schon ordentlich Zacken ab. Also da kann man, glaube ich, schon was Cooles bauen. Wenn man dann so hier das Wasser durchführt. Das könnte schon echt nice werden, glaube ich. Und das ja mal einmal hier platzieren. Ich glaube, damit hat man schon echt coole Möglichkeiten. Da kann man so eine richtige kleine Schlucht mitbauen. Ich meine, die ist jetzt nicht mega krass, die Schlucht, aber man könnte es rein theoretisch machen. Gut, hier setzt der Baum schon mal weg. Ist ja auch egal. Da könnt ihr euch dann austoben, wer wollt. Das sind auf jeden Fall alle Steine soweit. Der hier hat sich auch nicht geändert. Auch nur die Textur. Und ja. Aber ich finde es mega cool. Also ich mag diese bemooste Textur sehr, sehr gerne. Dass sich die Terrain-Tools geändert haben, habe ich euch ja schon in dem letzten Video so ein bisschen gezeigt. Also da sind auch alle Texturen ein bisschen anders geworden. Was ich aber mega cool finde, weil die Texturen hier von der Mod nochmal um einiges cooler aussehen und interessanter aussehen, als die vom Originalspiel, finde ich. Ich werde euch das Video dazu auch nochmal verlinken. Und in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das nochmal genauer angucken. Gerade hier diese Dirt-Textur, die viel, viel dunkler und erdiger ist, ist auf jeden Fall mein Highlight. Die ist ja auch wirklich ein Must-Have für unseren Jurassic Park 1-Nachbau. Also definitiv. Es sind aber sogar auch noch ein paar andere Dinge hinzugekommen. Unter anderem wurden nochmal die Redwood Trees, die ja neu ins Spiel gekommen sind, auch so ein bisschen angepasst und überarbeitet. Die sind nämlich im Originalspiel relativ hell und eher weißlich von der Rinde her. Und die wurden jetzt auch nochmal so ein bisschen überarbeitet, dass die so ein bisschen rötlicher sind von der Rinde. Und ja, das heißt doch Rinde, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Ja, und einfach jetzt so ein bisschen mehr wie Redwood Trees aussehen. Also ich finde diese gemoddeten Bäume auch wieder ein bisschen schöner als die Originalbäume im Spiel, definitiv. Und es wurden sogar auch noch ein paar andere Dinge geändert. Unter anderem die ganz normalen Bäume wurden auch. Also da kann man halt optional immer so ein paar Files installieren. Das könnt ihr alles auswählen. Also wenn ich euch jetzt was zeige, könnt ihr meistens auch in der Mod auswählen, ob ihr das haben wollt oder nicht. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich will diese Felsen nicht haben und dafür andere Felsen. Ich will diese Baumstämme haben oder nicht haben. Da könnt ihr dann immer so ein bisschen entscheiden. Das ist sehr, sehr cool. Das werde ich euch gleich auch noch näher bringen. Hier ist aber auch nochmal so eine kleine Retexture passiert. Die ist nur minimal. Aber man hat jetzt ab und zu so ein paar etwas dunklere Bäume hier zwischen. Die waren ja vorher alle so in dieser Farbe vom Baumstamm her. Und hier hat man dann ab und zu auch mal so einen etwas dunkleren Baum hier zwischen. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Oh, was ist das denn? Hab ich das gerade gesehen? Das ist mit der Anzeige hier ein bisschen verbuggt anscheinend. Okay, aber das finde ich jetzt gar nicht schlimm, muss ich sagen. Das ist halt nur, wenn man hier rein und raus zoomt. Genau, also hier sind ab und zu dann auch mal so ein paar dunklere Bäume bei. Das wurde noch reingemodelt. Und es gibt noch einige andere Auswahlmöglichkeiten. Ich habe jetzt auch gar nicht alles installiert. Da könnt ihr euch dann auch gerne mal so ein bisschen durchklicken. Ja, hier ist zum Beispiel auch bei diesen Schrott heißt es auf Englisch. Also diese Büsche kann man auch auswählen, ob man so einen dunkleren Redwood Tree, würde ich fast sagen, Untergrund haben möchte oder einen grasigen Untergrund. Das kann man auch alles auswählen. Ich habe jetzt hier mal den dunkleren ausgewählt oder installiert. Ja, aber der ist halt auch wirklich immer nur so situationsbedingt. Jetzt zu den Redwood Trees zum Beispiel passt dieser sehr, sehr dunkle Grasuntergrund unter diesen Büschen sehr, sehr gut, wie ich finde. Aber in bestimmten Situationen passt er dann auch wieder nicht mehr. Und je nachdem muss man halt die Mods so ein bisschen anpassen und installieren. Und ich würde sagen, ich habe euch jetzt eigentlich so die grundlegenden Änderungen wieder so ein bisschen gezeigt. Wir springen jetzt mal auf die Seite und dann zeige ich euch mal, was ihr da so alles auswählen könnt und wie das Ganze so ein bisschen funktioniert. Und da sind wir auch schon auf der Internetseite, wo ihr die ganzen Mods für Jurassic World Evolution finden könnt. Das ist nexusmods.com slash Jurassic World Evolution. Dann seid ihr gleich auf jeden Fall in dem richtigen Spiel. Diesen Link verlinke ich euch auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung. Und hier werden eigentlich tagtäglich irgendwelche neuen Mods veröffentlicht. Hier seht ihr das Ganze New Today. Da könnt ihr dann auch noch mehr auswählen. Neue diese Woche, dann lädt der kurz. Oh, sind das schon die hier unten? Ach nee, das sind andere Sachen. Er lädt wohl gerade ein bisschen. Genau, da könnt ihr dann wirklich viele, viele Mods sehen. Die meisten sind halt irgendwelche Anpassungen und Retexte Sachen, weil neu hinzugefügter Content funktioniert leider, glaube ich, soweit noch nicht. Man kann halt immer nur Sachen so ein bisschen austauschen. Die meisten Mods davon sind tatsächlich Paläontological Anpassungen. Also, dass die Dinosaurier mehr an das Original, wie es wirklich wohl früher war, angepasst werden von der Form. Klicken wir mal hier auf den Para zum Beispiel. Das war der alte Para. Den kennt ihr ja alle. Und so sieht der neue Para aus. Ist wohl anscheinend paläontologisch richtiger so, aber ich finde diesen hier wirklich viel, viel schöner. Deswegen würde ich mir diese Mod nicht installieren. Ich bin auch gar nicht so interessiert an diesen Paläontological Edits, dass die realistischer sind, weil ich finde eigentlich die Jurassic Park Dinosaurier oder Jurassic World Dinosaurier schon ziemlich, ziemlich cool. Aber es gibt auch einige andere Mods. Zum Beispiel, dass der Pteranodon keine Zähne mehr hat. Also, solche Sachen kann man sich alles hier installieren. Ist alles sehr, sehr interessant. Falls ihr davon auch mal ein Video sehen wollt, wie ich solche Mods, die ich cool davon finde, mal ausprobiere, könnt ihr das gerne mal in die Mods schreiben. Äh, in die Mods in die Kommentare schreiben. Hier seht ihr jetzt, er hat keine Zähne mehr. Im Original hat er ja Zähne. Und all so Kleinigkeiten werden hier halt tagtäglich so ein bisschen gepostet. Und teilweise werden hier auch Parks gepostet und sowas. Die kann man sich runterladen. Das ist auch sehr, sehr cool. Und auch hier neue Skins und so weiter. Tja, Nova Raptor zum Beispiel. Ich kenne die auch gar nicht alle, wenn ich ehrlich bin. Also, ihr seht schon, hier gibt es richtig, richtig viel Auswahl. Das ist schon ziemlich cool. Aber ihr müsst immer bedenken, das sind alles nur Sachen, die kommen nicht hinzu, die ersetzen nur andere Sachen. Das heißt, wenn ihr das hier zum Beispiel installiert, könnt ihr bestimmte andere Raptoren-Skins nicht mehr benutzen. Das ist dann leider so. Aber könnt ihr gerne mal so ein bisschen euch durchklicken, durchstöbern, das installieren. Ist auch relativ einfach, aber für uns ist jetzt ja natürlich gerade erst mal die Mod interessant, die ich euch gerade gezeigt habe. Die müssen wir mal eben finden. Hier ist die nämlich. Das ist meiner Meinung nach auch die beste Mod, die es für Jurassic World Evolution gibt. Habe ich noch gar nicht geliked. Aber geht auch gar nicht. Ich glaube, man kann auch nur runterladen, wenn ihr einen Account habt. Den müsst ihr euch dann auch eben vorher stellen. Die Mod heißt Environment WeWork. Ist natürlich auch unten verlinkt für euch. Und die ändert sich eigentlich auch relativ viel. Also da wird relativ viel dran gearbeitet. Kommen immer neue Sachen hinzu. Hier könnt ihr dann auch noch mal ein paar Screenshots sehen. Von diesen umgefallenen Bäumen und sowas. Hier diese röteren Redwood-Trees. Sieht schon cool aus. In den richtigen Lichtverhältnissen sehen die auch richtig schön knallig rot aus. Ja, das ist schon toll, ne? Ganz, ganz tolle Mod. Mag ich sehr, sehr gerne. Die ist von Danny Bob. Grüße gehen raus an dich. So, und er postet hier eigentlich auch immer, was neu ist und was neu hinzukommt. Zum Beispiel Terrain-Retextures, Alternate-Schwub. Das habe ich euch ja gerade gezeigt. Da hatten wir diesen, Schwub sind halt diese Büsche. Und da hatten wir diesen dunklen Untergrund. Und da kann man dann auswählen noch diesen alternativen Untergrund. Dann hat man einen grünen Untergrund. Finde ich persönlich ein bisschen schöner in den meisten Situationen. Deswegen habe ich diesen hier auch bei mir installiert. Darker Grass, das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht installiert. Das kann man auch noch mal ausprobieren. Das ist dann einfach dunkleres Gras. Mal sehen, wie das aussieht. Könnt ihr ja gerne alles selber so ein bisschen ausprobieren. Ja, ungefallene Baumstämme und so weiter und so fort. Dann stehen hier natürlich nochmal Anleitungen. Und man muss, ganz wichtig, vorher seinen Ordner einmal zwischenspeichern, bevor man dieses Ganze installiert. Weil sonst kann man sich wirklich Dateien kaputt machen. Das ist echt sehr, sehr wichtig. Wenn ihr jetzt sowas runterladen wollt, dann müsst ihr einfach hier oben auf Files gehen. Und dort könnt ihr dann diese ganzen Files auswählen und runterladen. Die Hauptmod mit den Terrain-Retextures ist diese hier. Könnt ihr hier runterladen. Logprops, das sind die Baumstämme. Das ist leider alles auf Englisch. Die könnt ihr hier runterladen. Dann gibt es hier noch die neuen Rocks, die neuen Felsensteine. Kann man hier runterladen. Und dann gibt es hier noch einige alternative Files. Zum Beispiel das dunklere Gras kann man hier installieren. Dann diese, ja, alternativen Büsche, diese helleren Büsche statt die dunkleren. Die kann man hier runterladen. Und man kann noch die Redwood-Rinde, diese rötlichere Rinde, kann man hier runterladen. Kann man aber auch alles, glaube ich, nochmal sehen, wenn man da raufklickt. Ne, leider nicht. Aber wenn man sowas runterladen will, dann klickt man einfach da drauf und kann dann hier auf Slowdownload gehen. Und dann wird das Ganze schon automatisch nach ein paar Sekunden gestartet. Ihr könnt die Unterschiede aber auch gleich nochmal sehen, wenn das Ganze runtergeladen ist. Ihr könnt das hier mal eben öffnen hier. So, das haben wir jetzt runtergeladen. Natürlich die Testversion, wer hat sie nicht. Und dann habt ihr sozusagen diesen Ordner hier, Redwood-Retexture. Und in der Regel findet ihr dann meistens Bilder da drin, was das Ganze macht, wie das Ganze aussieht. Ist jetzt hier nicht der Fall. Und eine Readme-Datei. Die ist immer relativ wichtig, weil dort steht drin, wo ihr die installieren müsst und wie ihr die installieren müsst. Ist eigentlich relativ einfach. Ihr müsst einfach in diesen Dateifad hier gehen und dann diesen Ordner UVL-Data dort rein platzieren. Wenn ihr wollt, können wir das auch mal eben hier einmal machen. So, dann haben wir einmal hier unseren Hauptordner. Das wird jetzt hier ein bisschen kompliziert mit einem Bildschirm. Normalerweise mache ich das immer mit mehreren Bildschirmen. Ich platziere das mal so, dass wir alles sehen. Hier ist die aktuelle Datei. Die habe ich tatsächlich schon installiert. Deswegen wird da wahrscheinlich gleich nichts. Obwohl doch, nee, das müsste alles funktionieren. So, wir gehen mal auf. Hier oben seht ihr den Pfad. C. Dann hier auf Programme. X86. Dann auf Steam. Steam Apps. Common. Jurassic World Evolution. Und dann müsst ihr in den Win64-Ordner gehen. Und dort findet ihr UVL-Data. Das ist eigentlich immer der Ordner, den ihr ersetzen müsst. Diesen Ordner müsst ihr auch zwischenspeichern am besten. Also den müsst ihr euch einmal rauskopieren und irgendwo anders hin kopieren, dass ihr den, falls irgendwas schieflaufen sollte oder so, wieder ersetzen könnt mit dem Original-Ordner. Das macht ihr am besten einmal, bevor ihr irgendeinen Mod installiert. Dann bekommt ihr da auch keine Probleme. Und dann könnt ihr schon hier die Mod sozusagen in den Ordner einfach ziehen. Dann fragt ihr euch, ob Dateien ersetzt werden sollen. Da sagt ihr einfach Ja. Und jetzt werden sozusagen die Dateien überschrieben mit den neuen Texturen. Und dann könnt ihr eigentlich schon Jurassic World Evolution einfach starten. Und das Ganze sollte funktionieren. Ihr könnt euch dann gerne mal so ein bisschen da durchklicken, was jetzt was macht und so weiter und so fort. Ich würde euch das gerne nochmal eben zeigen. Wir machen nochmal eben, laden uns nochmal die hier schnell runter. Und dann zeige ich euch nochmal, wie das Ganze hier in dem Ordner aussieht, weil ich glaube, da sind auch Bilder drin. So, das Ganze ist jetzt runtergeladen. Und ich habe die hier einmal geöffnet. Rocks Remake heißt das Ganze. Und hier seht ihr dann auch eine Readme-Dateile, wo dann eine Erklärung steht. Choose which Rock types you would prefer. Und da könnt ihr euch einmal hier die Bilder anschauen. Da hat man dann die alten Felsen. Die hier gibt es auch zum Beispiel noch als Auswahl. Dann gibt es hier die neuen Felsen. Das sind diese grüneren. Und da kann man dann wirklich ersetzen, was man ersetzen möchte. Man kann auch auswählen, ob man nur zum Beispiel Rock 1 ersetzen möchte. Das ist dann dieser hier. Dann installiert man sozusagen nur hier die New Version mit dem grünen. Das ist dann dieser Ordner. Also im Prinzip kopiert ihr immer diesen Ordner in euer Jurassic World Evolution Spielverzeichnis. Oder ihr könnt halt auch die alte Version auswählen. Das wäre dann dieser Ordner. Und die Bilder dementsprechend findet ihr meistens auch in den Ordnern. Das sind die alten. Und das andere waren halt die neuen. Und ja, ist eigentlich relativ einfach, das Installieren. Wenn ihr mehrere Sachen davon installieren wollt, dann ladet euch am besten erstmal diese Main-Files runter, installiert die. Und dann könnt ihr danach nochmal die optionalen Files in diesen Ordner ziehen. Und dann werden sozusagen die Sachen alle überschrieben. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen verständlich erklärt worden. Wichtig für euch ist auch noch, das Ganze funktioniert auf jeden Fall nur auf dem PC. Und wichtig ist auch, denkt daran, euren Ordner vorher einmal zu saven. Falls irgendwas schief geht, dass ihr den wieder rüber kopieren könnt. Das soll es jetzt auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich finde es richtig cool, wie diese Mod immer weiterentwickelt wird. Falls es wieder irgendwas Neues geben sollte, was richtig cool ist, dann werde ich euch das auf jeden Fall präsentieren. Falls ihr das Video hilfreich fandet, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, unten ist der Abo-Knopf. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Sitzschlafer